Servus miteinander, der Glockengießer da oben. Ich fange jetzt auch mit Merchandise Artikel an. Ich habe zwar bloß 364 Zuschauer, aber die sind wirklich meine Zuschauer. Und deswegen habe ich mir für euch jetzt einmal was kosten lassen. Und zwar habe ich für jeden Zuschauer einen Euro investiert, um mit Merchandise Artikel anzufangen. Ich werde euch jetzt eigentlich fragen, was kostet 364 Euro? Was ist denn so teuer, um Merchandise Artikel herstellen zu lassen? Ja, es war eigentlich mehr oder weniger Stadtkapital. Ich will nämlich Trinkgefäße herstellen lassen. Ich weiß nämlich über Umwege, dass eigentliche meine Zuschauer sich abends gerne einmal ein kühles Blondes aufmachen. Also, ich sah ja ein Bier oder auch mehrere. Oder einmal ein Limonad und T-Shirts, Jacken etc. zu bedrucken oder mit einem Motiv versehen zu lassen. Aber ich denke, es ist zu einfach, das ist nichts Besonderes. Und weil schon meine Zuschauer gerne einmal ein Seinchen trinken, habe ich mir gedacht, dann stellst du Gläser oder Trinkgefäße her mit einem Motiv von dir. Und der erste Krug, Prototyp, ist jetzt schon da. So schaut er aus. Ja, das Motiv wird später auch auf Weißbiergläser, auf Willebecher und auf andere Krüch erhältlich sein. Ich habe jetzt schon die Ausdruckfirma gefunden, die das für mich macht. Die werden wir jetzt ungefähr in Kalenderwoche 33 Wildebecher und Weißbiergläser schicken. Zur Kontrolle, ob der Aufdruck passt, so wie er gemacht wird. Und wenn das alles in Ordnung ist, mache ich noch einmal ein zusätzliches Video, wo dann auch die Firma, die die Gläser bedruckt, verlinkt wird. Da könnt ihr es euch dann direkt kaufen und habt dann auch einen Merchandiseartikel von mir. Ich selber verdiene an diesen Artikel nichts. Die Kosten gingen komplett auf die Glasdruckfirma, weil die für mich auch den Versand übernimmt. Und da muss ich sagen, ist das völlig gerechtfertigt, wenn sie das schon machen, dass dann 100 Prozent von den Einnahmen behalten dürfen. Das Motiv kommt aber von mir. Das Motiv läuft auch auf mein Urheberrecht. Und wenn ihr das haben wollt, könnt ihr euch das dann direkt bei der Firma bestellen. Wenn ihr schon Interesse an so einem Brug habt mit dem Motiv, das ist jetzt eine 0,5 Liter Gebindegröße. Die gibt es bei der Firma Trumox in Nürnberg in der Billenreuther Straße 59. Wenn ihr von dem einen Brug haben wollt, müsst ihr mich per E-Mail anschreiben, dann drücke ich euch eine Freigabe-Karte aus, dass ihr euch den Grub verkaufen dürft, welchem Urheberrecht, weil halt das Motiv unter meinem Urheberrecht dürft. Deswegen braucht ihr etwas Schriftliches, dass ihr das an euch verkaufen dürft. Schreibt mir eine E-Mail. Wenn ihr meinen Kanal aufruft, gibt es die Möglichkeit, da habt ihr eine E-Mail-Adresse von mir. Da könnt ihr mich dann anschreiben. Vielleicht verlinke ich euch die E-Mail-Adresse auch nochmal in der Videobeschreibung, wo ihr den dann in der Nürnberger Billenreuther Straße grenzen könnt, wenn ihr wollt. Und sobald eben die Gläser dann noch kommen, wird dann nochmal nachgeschaut, ob der Druck passt. Und wenn er passt, gibt es dann nochmal ein separates Video. Also denn, ich wünsche euch jetzt schon mal ein schönes Wochenende. Und man hört sich, wenn die ersten Gläser da sind. Aber wenn ihr jetzt kein Biertrinker seid, dann könnt ihr euch einen Willi-Becher kaufen. Die gibt es in 100ml Schritten steigend von 200 bis 500ml. Sowie zwischen Größe 250 und 350ml. Und ja, die kommen auch für Spezi, Limonad, Radler oder einfach für Wasserhernehmer. Und wenn ihr euch eins holt, dreht mich frei. Lasst es mir wissen, wenn ihr euch eins holt. Und wenn euch das gefällt, dass ich jetzt auch mit Merchandise anfange, dann gibt es dem Infovideo, was ihr jetzt da dreht, auf einen Daumen hoch da. Schreibt mir was in die Kommentare, was man vielleicht noch bedrucken lassen kann. Außer Willi-Becher, Tassen, Krüge, Gläser etc. Wenn sich da was machen lässt und das von der Nutzbarkeit des Druckschablonen her möglich ist, vielleicht kann ich da noch was dazugehen. Bei Herd und Sichtze gibt es auf euch Obacht. Vor allem jetzt auch mit der Witterung, weil es immer wieder Witter und Hochwasser gehen kann. Ich hoffe, dass es nicht euch so geht, wie die Leute im Ahrtal. Ich möchte nämlich, dass meine Zuschauer mich noch eine ganze Weile erhalten können. Was liegt sich? Ich wünsche euch was. Servusle, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.